Uuuuuhh Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Am 23. März war es soweit. Dieser Kanal hat die 800 Abonnentenmarke geknackt. Und als 800 Abonnenten Special gibt es eine Spezialfolge Mein Essen Form. In dieser Mein Essen Form Folge möchte ich einen Obstsalat zubereiten. Und das Spezielle an diesem Obstsalat ist, dass dieser Obstsalat ausschließlich mit Lebensmitteln zubereitet wird, welche seit über einem Jahr abgelaufen sind. So, los geht's. So, das Besteck und die Dose öfter packe ich erstmal hier hin. Denn den Topf brauche ich jetzt. Den Obstsalat beginne ich mit einer Dose Mandaritorangen. Abgelaufen am 31. Dezember 2020. Seht ihr? Abgelaufen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet. So. Die Mandaritorange geht jetzt hier rein. Als nächstes. Birnen. Birnen. Abgelaufen am 31. Dezember 2020. Abgelaufen am 31. Dezember 2020. 20. So, jetzt geht's. So, die Birne sind nun drin und ich glaube, der Topf wird definitiv nicht ausreichen. Als nächstes ein tropischer Fruchtcocktail, abgelaufen am 31. Dezember 2020, so die Schrift ist wirklich sehr klein, ich hoffe ihr könnt das irgendwie erkennen. So, diese Dose muss ich mit dem Dosenöffner öffnen, der hat leider keine Lasche. So, diese Dose muss ich mit dem Dosenöffner öffnen. So, diese Dose muss ich mit dem Dosenöffner öffnen. Die Dose behalte ich erstmal noch, ich glaube, da werde ich gleich erstmal das Wasser draustun. Jetzt habe ich mich auch noch mit der Birne abgeworfen. Jetzt auch noch der tropische Fruchtcocktail, egal. So, das Wasser ist jetzt zum großen Teil raus, das heißt ich habe wieder Platz. Und das wird mal trinken sein. Als nächstes das erste Glas Sauerkirscheln, abgelaufen am 31. Dezember 2020. Oh, das kriege ich nicht auf. Na gut, das lassen wir erstmal noch kurz so stehen, dann nehme ich als nächstes dieses Glas hier mit Sauerkirscheln, abgelaufen am 31. Dezember 2019. Mal schauen, ob ich das Glas aufkriege. So, ich bin zu schwach, um Gläser aufzukriegen. Oh, die sehen gar nicht so appetitlich aus. Also, der Blick kann mich zwar täuschen, aber ich glaube, man merkt denen schon ein bisschen an, dass die schon zwei Jahre abgelaufen sind. So, jetzt versuche ich noch wieder das Ding zu öffnen. Und ... ... ... ... ... ... ... So, mein Obstsalat ist fertig und ich muss sagen, durch die Sauerkirschen sieht es wirklich nicht appetitlich aus. Also riechen tut das auch nicht gerade so, als würde es noch haltbar sein. So, ich probiere. Also geschmacklich geht das eigentlich noch. Aber man merkt das schon an, dass es schon sehr lange abgelaufen ist. Komme ich irgendwie rund unten ran, so dass ich wenigstens mal die Birne probieren kann oder den Fruchtcocktail. Ich glaube, das war jetzt ein Teil vom Fruchtcocktail gewesen. Und das ging eigentlich auch noch. So, bisschen Sauerkirschen wieder probieren. So, bisschen Sauerkirschen wieder probieren. Also, ich weiß nicht. Irgendwie hat das so einen komischen Nachgeschmack. Aber sieht man von dem Nachgeschmack irgendwie so ab, schmeckt es eigentlich noch relativ normal. Betonung liegt dabei auf relativ. Ja, Keith. Das ist gut. Dieser Teil vom tropischen Fruchtcocktail hat ein bisschen hölzern geschmeckt. Aber ich will ja auch nicht so viel erwarten. Ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. So, ich habe jetzt hier eine Mandarin-Orange erwischt. Geht auch noch, ist aber total verwässert. Also die Mandarin-Orange hat irgendwie keinen richtigen Geschmack. Da kriege ich noch irgendwo eine Birne raus. So, ich glaube, ich habe jetzt einen Teil von der Birne rausgekriegt. Schmeckt nicht gerade frisch. Aber es geht eigentlich auch noch. Und dann noch. Also ich muss sagen, das Zeug, was in der Dose war, das geht eigentlich noch. Aber die Sauerkirschen, die sind echt schlimm. Und darauf, dass die Sauerkirschen so schlimm sind, esse ich noch eine Sauerkirsche. Also ich muss sagen, dass die Sauerkirschen so schlimm sind. Also, je mehr ich von den Sauerkirschen esse, desto bitterer schmecken die mir irgendwie. Ich glaube, ich habe genug davon gegessen. Also ganz ehrlich, ich habe mir das deutlich schlimmer vorgestellt. Aber das geht eigentlich noch irgendwie. Aber mehr davon möchte ich jetzt definitiv nicht essen. So, das war es jetzt an dieser Stelle wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.